Und damit, herzlich willkommen zurück zu Final Fantasy 13. Das ist nicht gut. Was können wir tun? Wir schleichen vorbei. Ich glaube, ich nehme hier mal ein Buch zur Hand. Das habe ich nämlich jetzt überhaupt nicht erwartet. Wo war denn das jetzt? Jetzt muss ich nämlich mal gucken, wie wir unsere Kollegen hier besiegen, weil da bin ich überhaupt nicht vorbereitet gewesen. Nein, das haben wir noch nicht. Ja, das ist Enki und Enlil. Enlil, keine Ahnung. Okay, wenn du mir das sagst, gucken wir mal. Genau, oft Gebrauch davon sollte ich machen, okay. Gucken wir uns mal an hier. 57.000 und bei dem W ist es nochmal, okay. Würde ich mal sagen, den ja. Jetzt müssen wir uns erstmal ein bisschen stärken. Und erstmal heilen. Okay. Mach mal erstmal, dass wir erstmal ein Down kriegen. Ich habe mir übrigens... Quatsch! ...wieder Heildrecke gekauft. Jetzt versuchen wir mal einen Angriff auf diesen Kollegen. Ja, das sieht doch mal ganz gut aus. Könnte besser sein, aber... Oh, 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 oh! Das tut weh. Oh, 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 oh... Medica. Letzten wir lieber ein. Medica bitte. So viel K.P. haben sie nicht. Einer ist auf jeden Fall immun gegen Elektrizität. Machen wir mal weiter hier. Ich habe mich auf beide angegriffen vorhin. Oh! Ich schwäche hier gerade den falschen, merke ich. Wir wollen das mal auf einen K.P. haben. Puh, das könnte heftig werden. Die Wall, die Brottes. Wenn ich nicht mehr habe, dann gehe ich noch mal eine Heilung drüber. Oh, oh, oh. Oh, ich habe es gewusst. Oh, scheiße. Das hat sich ganz schön gestärkt gerade. Donnerkreuz. Ich glaube, das könnte zu einigen Schwierigkeiten führen. Und dann gehe ich noch nicht mehr aus. Oh. Wir haben den Schocksüschern, du. halt die hat sich das man ja was empfiehlt uns hier überhaupt außer dass wir die heilung die partikular attacken sollen wir auf jeder öfters verwenden werden sie zuerst die taktik die ist die versiones gefecht und zustände die wahl die brotten und gift ja schön wenn man giftig haben wir haben auch gegen giften ja mal gucken na komm so gift mir hast du nicht siehst du also muss irgendwie gelernt kriegen wenn man die brotten äh jetzt aber gerne war doch hab gelernt super geben können wir vielleicht auch noch bauen na wo wir schon dabei sind können wir in das auch noch ein bisschen brauchen wir noch es empfiehlt sich die aktion im fertigen manuell auszuwählen dann die automatische sabotieren funktion wechselt gern das ziel denn denn ok weiß ich bescheid und bei saß da hatte ich schon alles voll hier alles voll na gehen wir auf den verheirern tja saß ich bist schon zu weit entwickelt mein freund kannst schon zu viel das können wir lieber zu so nicht mehr schaffen dann muss ich ihn ja ein paar der kampf der katten wird schlecht als wir fangen direkt mit dem paradigma an die visions gefecht ich wechsle dann ab und zu zum heiler beziehungsweise zum exterminat zur extermination ich versuche jetzt einfach mal ich gehe mal speichern zum ersten mal wo ich sage das könnte schwieriger werden zwei solche riesenbrocken und dann auch trotzdem zu zweit sein könnte ein bisschen enge werden ja bis bis inzwischen so warte was sagte mir auf wen auf jeden ja hat er noch nichts gebracht war jetzt zu so ja das denke ich mir auch ja ok kann es wieder weitermachen mach ich jetzt noch bei dem anderen auch ja hat er jetzt überhaupt noch die statuseffekte oder hat er die schule weggegeben genommen ne hat sie noch ok wunderbar jetzt muss man verheilen ja wir haben die niedrige verteidigung das ist schlecht ja unser medica muss erstmal weg was haben wir mit dem problem ja unser medica sage ich unser dieser statuseffekt muss erstmal weg so jetzt aber ja auf ihn so erstmal wieder heilen ja das sieht ganz schlecht aus wir bleiben natürlich erstmal in der hailung wir bleiben natürlich erstmal in der hailung Scheiße! Mensch! Fuck! Okay, ich mach das mal einen Cut und dann sehen wir uns im nächsten Pass. Ciao!